Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten Watzel und was ich heute und dann hoffentlich auch in wöchentlichen Updates machen möchte, ist Ihnen Neuigkeiten rund um die Corona-Virus-Impfung zu berichten. Fangen wir auch mit den guten Nachrichten an. Aktuell haben wir über eine Million Geimpfte hier in Deutschland. Das ist natürlich auf die Gesamtbevölkerung immer noch mal gerade ein gutes Prozent, aber zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind, über die Impfung die Pandemie hoffentlich in den Griff zu bekommen. Wenn wir jetzt so viele Geimpfte haben, stellt sich natürlich die Frage, sehen wir jetzt Nebenwirkungen, die wir vielleicht in der Impfstudie noch nicht gesehen haben? Und das ist eine Aufgabe des Paul-Ehrlich-Instituts, die sammeln solche Meldungen über mögliche Nebenwirkungen der Impfung und die haben jetzt auch schon einen ersten Sicherheitsbericht veröffentlicht. Das machen sie normalerweise bei Impfungen nicht und zeigt, wie proaktiv auch hier wiederum mit den Daten der Geimpften umgegangen wird, um hier möglichst offen und transparent zu sein. Da hat sich gezeigt, es gab gute 300 Meldungen von solchen Nebenwirkungen. Das betrifft also ungefähr fünf von 10.000 Geimpften, was da gemeldet wurde. Was wurde da gemeldet? Es wurden überwiegend Kopfschmerzen gemeldet, Schmerzen an der Einstichstelle und andere Sachen. Alles Sachen, was wir schon aus der klinischen Studie wussten und was auch darauf hindeutet, dass die Impfung so wirkt, wie sie wirken soll, nämlich eine Immunreaktion auszulösen. Es gab auch sechs Fälle von schweren allergischen Reaktionen. Das betrifft also einen von ungefähr 100.000 Geimpften, also ein Seltenesereignis, was auch sehr gut medizinisch therapiert werden kann. Es gab auch sieben Todesfälle. Das betraf Personen im Alter von 79 bis 93 Jahre. Statistisch wäre so eine Zahl, ehrlich gesagt, auch zu erwarten gewesen, wird auch so vom Paul-Ellich-Institut gesagt. Und die meisten Leute sind an Vorerkrankungen gestorben und bisher gibt es keinen Hinweis darauf, dass irgendeiner von diesen Todesfällen ursächlich mit der Impfung zusammenhängen würde. Also zusammenfassend kann man sagen, das sagt ja das Paul-Ellich-Institut, es gibt keine neuen Signale für irgendwelche neuen Nebenwirkungen, die bisher noch nicht bekannt gewesen wären. Die meisten Leute sagen dann, ja, aber was ist denn jetzt mit den Langzeitfolgen? Und dann frage ich immer, was meinen sie denn unter Langzeitfolgen? Und dann sagen sie, ja, das könnte ja sein, dass innerhalb von Monaten oder vielleicht auch Jahren nach der Impfung noch Nebenwirkungen auftreten, die man bisher so noch nicht gesehen hat und die viele Leute betreffen könnten. Und davor haben die Menschen an. Und da muss man ganz klar sagen, so etwas gibt es nicht. Es gibt nicht etwas, was erst Monate oder Jahre nach der Impfung auftritt und was einen Großteil der Geimpften betreffen würde. Das sind, was wir unter Langzeitfolgen verstehen, sind seltene Ereignisse, die nur an einem Bruchteil der Geimpften vorkommen und die bei den Betroffenen aber lang anhaltende Folgen verursachen. Das berühmteste Beispiel und auch das schlimmste Beispiel aus der jüngsten Geschichte ist die Narkolepsie nach der Schweinegrippenimpfung. Das betraf ungefähr einen von 20.000 Geimpften, also ein seltenes Ereignis. Die Symptome der Betroffenen traten aber bei der überwiegenden Anzahl der Betroffenen innerhalb von zwei Monaten nach der Impfung auf. Und das ist der Beobachtungszeitraum, den wir schon bei den klinischen Studien zu den Covid-Impfstoffen haben. Das heißt, wenn da irgendetwas mit einer hohen Frequenz aufgetreten wäre, hätten wir das schon gesehen. Was man jetzt nur noch nicht ausschließen kann, ist, dass es weitere seltene Ereignisse geben kann, die einen in 100.000 oder einen in eine Million Personen betreffen. Und das ist dann aber wieder eine so geringe Inzidenz, dass auch für die persönliche Risikogaberschätzung es so ist, dass das Virus viel, viel gefährlicher ist als die Impfung. Das heißt, auch da kann man sagen, die Impfung ist sicher. Und auch vor den Langzeitfolgen muss man sich eigentlich keine Sorgen machen. Jetzt möchte ich noch kurz zu Fragen eingehen. Die erste Frage ist, kann die Covid-19-Impfung unfruchtbar machen? Und da muss man sagen, nein, es gibt bisher keine Hinweise, dass das irgendwie der Fall sein könnte. Hat es auch in vorherigen Impfungen nie gegeben. Und das sind ehrlich gesagt Gerüchte, die von Leuten gestreut werden, die andere verunsichern möchten, aus welchem Grund auch immer. Natürlich, in der Impfung, in der Studie sind Schwangere ausgeschlossen worden. Das ist aber eine reine Vorsichtsmaßnahme, die man bei solchen Studien häufig macht. Und das wird auch von der FDA sogar gefordert. Dementsprechend haben wir natürlich wenig Daten zu Schwangeren aus den Studien. Und in Deutschland ist die Impfung deshalb auch für Schwangere nicht empfohlen. In Tierversuchen haben wir aber bereits gesehen, dass die Impfung auch in hohen Dosen keinen Einfluss auf Schwangerschaft, Fruchtbarkeit oder die Nachkommen hat. Und häufig wird noch angefügt, ja, ja, aber es gibt doch diese Ähnlichkeit zwischen dem Spike-Protein, gegen das geimpft wird, und dem Syncycin 1. Das ist ein Protein in der Plazenta. Und da muss man sagen, biologisch gesehen ist diese Ähnlichkeit so gering, dass sie bedeutungslos ist. Doch da gibt es wissenschaftlich überhaupt keinen Grund anzunehmen, dass es da zu irgendwelchen Problemen kommen könnte. Von daher kann man sagen, nein, die Covid-19-Impfung macht nicht unfruchtbar. Die zweite Frage ist, kann ich trotz Impfung Covid-19 übertragen? Und dazu muss man erst mal verstehen, wie übertrage ich eigentlich das Virus? Das übertrage ich, indem ich das Virus aufnehme und sich das Virus in den Zellen meines Artenwegsorgans vermehrt. Und dann habe ich irgendwann so viel Virus in diesen Zellen vorliegen, was auch wieder freigesetzt wird, dass ich das wieder abgeben kann und andere Leute infizieren kann. Durch die Immunreaktion, gerade auch die Immunreaktion, die durch die Impfung dann natürlich verstärkt abläuft, wird natürlich die Virusreplikation, die Vermehrung des Virus verhindert oder unterdrückt. Ob sie jetzt komplett verhindert wird, dass überhaupt kein Virus in mir entsteht und ich deshalb auch überhaupt kein Virus weitergeben kann, das weiß man noch nicht. In den Affenversuchen war das so. Ob das im Menschen auch so ist, weiß man im Moment noch nicht. Es könnte auch sein aber, dass die Immunreaktion das Virus zwar in Schach hält, sich nicht mehr stark vermehren kann, aber ich trotzdem noch ein bisschen was abgeben könnte, dann könnte ich rein theoretisch noch infektiös sein. Und darüber geht im Moment diese Diskussion. Aber wahrscheinlich bin ich auf jeden Fall weniger infektiös als jemand, der überhaupt nicht geimpft ist. Und diese Frage wird auch hinfällig in dem Moment, wo sowohl ich als auch mein Gegenüber geimpft bin. Dann ist es egal, ob ich das Virus abgebe, weil wir beide durch die Impfung vor der Krankung geschützt sind. Das heißt, sobald wir diese Herdenimmunität erreicht haben, ist auch diese Frage ehrlich gesagt hinfällig. So, das war es schon heute wieder mit dem kurzen Update. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und wenn es Ihnen gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten würden. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen.